jetzt kurz vor dem video ihr seht wie professionell ich das aufnehmen hier hier oben ist die kamera oder bin ich hier ist mein licht das habe ich jetzt einfach mal so gemacht um mein gericht aufzunehmen ich fragte zum mal nichts ich glaube mein stetik ist kaputt. Yo Leute was geht ab und willkommen zu einem neuen video ihr seht schon heute ist festliche stimmung ich weiß gar nicht wieso heute ist der zweite weihnachtsfeiertag hintergrund seht ihr was ihr abonnieren müsst man muss nicht mehr professionell sein man kann auch einfach mal erfinderisch sein und dann klappt das auch alles schon ich weiß das jahr 2019 hat nicht das gebracht was ich im letzten jahres rückblick angekündigt habe tut mir auch wirklich mega leid war mir aber auch von anfang an klar dass ich es nicht so durchhasseln kann werde oder was weiß ich auch immer danke für das jahr 2019 für den heftigen support vor allem das eine video Cottbus Braunschweig über 3000 aufrufe auf jeden fall mega heftigen dank und jetzt sage ich euch 2020 wird unser jahr 2020 wird richtig durchgehasstet da kommt fabian wieder er hat einen neuen pc oder hat jetzt einen neuen pc gekriegt zu weihnachten und da geht es auch mit den aufnahmen mega durch fabian konnte im endeffekt jetzt gar nicht mehr spielen dagegen gar nichts mehr aber jetzt geht es richtig los mit dem jahr 2020 das wird unser jahr ich sag's euch und viel spaß mit dem jahresrückblick auch wenn es nicht viel geworden ist deswegen ist das video auch nicht so lang aber ich versuche mal die beste szenen rauszuhauen sind auf jeden fall viele gute sachen passiert danke an alle die mich begleitet haben dieses jahr ich würde sagen euch einen guten rutsch das video wenn es pünktlich kommt kommt es genau um 0 uhr am 01.01. auf ehre tschüss so leute willkommen zurück zu einem neuen video hi na wie geht's so leute willkommen zurück zu einem etwas ernsteren video so leute willkommen zurück zu einem neuen video ja moin leute was geht ab und willkommen zurück zu einem neuen video oh mein gott was willst du mal werden beziehungsweise in welche richtung beruf gehst du z.B fragst halt in welchen dingen möchtest du dich selbst verbessern will euch heute er zählen wie wisst ihr was er geschrieben hat nein ich weiß nicht was er geschrieben hat hallo hallo Zwei eins für mich. Hier ein Band. Ganz normal. Aber das soll irgendwie besonders sein, weil noch nie so ein Band dabei war von Lukebox. Das ist halt ein normales Gummi, wie man es auch auf vielen Festivals bekommt. Einfach mit Loot-Shirts drauf. Es ist so aufgebaut, wie ich schon gesagt habe, wie Minecraft. Bloß, dass es halt deutlich mehr bietet in der Breite. Was ist das? Fidget Spinner. Eines der Hypes 2017. Die sehen mir sehr sympathisch aus, muss ich sagen. Ja, äh, normal. Meine Fische darf ich nicht behalten. Das hat ja Autozitter dich. Also hier... Autozitter dich. Ja, ist das denn noch? Wo die Bundeskaffin? Und heute mit einer bestimmten Person und zwar dem Lars. Ich habe mal wieder schwer zu sagen, weil ich wieder mit meinen Eltern im Urlaub bin und muss sich ja eben zu beschäftigen. Musik 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 MCN, MCN mit MCN! Das zauert einem Zähne ins Gesicht! Ok Leute, hier seht ihr mein schönes Lächeln! Menni gleich, Menni gleich! Opa, Alter! Hier ist mein Opa auf dem Bild! So Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video! So Leute, nicht mehr so gut wie letztes Jahr! Ich hab die immer gefühlt mit der Taste gespielt! Oh, und doch, und doch, und doch! Marcelo, Marcelo, Marcelo! Ja, das erste Tor! Ja, ich bin Thomas, 40 Jahre alt und bin leidenschaftlicher Schiedsrichter. Seit dreieinhalb Jahren bin ich nun an der Pfeife. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!